Singen ist Medizin für die Seele und ich mag Videokonferenzen. Hi, ich bin Hannah. Ich bin jetzt seit fast fünf Jahren im Unichor und für mich gibt es zwei Gründe, warum der Unichor wirklich ganz besonders ist. Zum einen, weil wir eine große musikalische Vielfalt haben. Jedes Semester wird gewechselt zwischen Popmusik und Klassik. Außerdem gibt es verschiedene Arrangements mit anderen Ensembles. Und der zweite Grund ist die große Gemeinschaft. Hallo liebe Leute, ich erzähle auch mal ganz kurz was über den Chor. Bin da schon ein bisschen länger drin. Ist sehr schön, wenn man die eigene Stadt kennenlernen möchte, neue Leute kennenlernen möchte. Hab da auch schon die ein oder andere Ex-Freundin kennengelernt, also auch eine gute Partnerbörse für den ein oder anderen interessant. Online Stunden machen Bock. Hatte ich am Anfang nicht so erwartet, aber macht wirklich viel Spaß und wird auch von unserer Heinke sehr nett angeleitet. Vielleicht seid ihr auch bald dabei. Ciao, ciao. Und jetzt während Corona proben wir über Zoom und das läuft erstaunlich gut. Auf jeden Fall besser, als man sich vorstellt. Gerade zur jetzigen Zeit versüßen Chorproben, auch wenn sie über Zoom stattfinden, doch ein wenig den trägen Alltag. Was zusätzlich noch sehr, sehr schön im Unichor ist, dass wir eine ganz tolle Gemeinschaft sind und immer viele Gemeinschaftsaktionen machen. Das geht jetzt Corona bedingt natürlich nicht mehr. Dafür ist es umso schöner, dass wir uns jetzt einmal die Woche online treffen. Und klar, singen wir da auch, aber danach wird dann immer noch gespielt und gequatscht. Und das macht einfach unglaublich Spaß. Und wenn ihr Lust habt, seid dabei. Ciao.